Hallo Leute, willkommen zum heutigen Thema Vertrahten von Relais für Sonnenschutzsysteme. Mein Name ist Nico. Ich bin Christian. Hallo. Ihr kennt das, in eurem Smart Building gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, eine Verschattung zu realisieren. Da haben wir zum Beispiel Rohrläden, wir haben Jalousien und diese Aktorik wird natürlich unter anderem mit Relais angesteuert. Ausgangspunkt bildet dabei eine Steuerung, die haben wir euch heute hier mal mitgebracht. In dieser Steuerung haben wir digitale Ausgänge, 24 Volt, mit denen wir zum Beispiel Relais schalten können. Wie das auf dieser Seite aussieht, das gucken wir uns heute mal an. Ganz genau. Wenn wir einen Sonnenschutz, also eine Jalousie, einen Rollladen auf und ab fahren möchten, brauchen wir dazu immer zwei Relais. Von Christian bekommen wir dafür die 24 Volt zur Steuerung und wir bei WAGO verwenden für Rollladen ganz gerne Relais mit der Artikelnummer 788-304. Das ist also ein 16 Ampere Relais mit Wechselkontakt geliefert auf diesen Montagesockel. Damit könnt ihr das Relais beschriften, ihr könnt es auf die Tragschiene rasten und ihr könnt auch auf beiden Seiten rücken. Genau. Im Verteiler sieht das folgendermaßen aus. Wir haben euch dazu hier mal diesen Aufbau mitgebracht und auf diesem Aufbau seht ihr diese beiden Relais. Einmal für die Abfahrt, einmal für die Auffahrt und wir schauen uns jetzt einmal die Seite der Steuerspannung an. Das heißt, ihr seht den Anschluss A2, wo wir die 24 Volt Masse haben und jeweils A1, A1 der beiden Relais, um die Auf- und Abfahrt zu realisieren. Wie ihr so seht, ist der A2 bei dem zweiten Relais ausgespart. Das lösen wir ganz einfach mit dem ersten Brücker, den wir in den Brückerschacht hier einsetzen und schon haben wir den A2 entsprechend durch verbunden. Nico, wie sieht es jetzt auf der 230 Volt Seite aus? Bei Rollläden ist natürlich ein was ganz wichtig. Wir müssen verhindern, dass die Antriebe Auf- und Abfahrt gleichzeitig durchführen. Das geht natürlich nicht. Es darf also immer nur entweder auf- oder abfahrtaktiv sein. Und dafür ist es sehr zu empfehlen, dass wir die Relais in Hardware verriegeln. Wie funktioniert das? Der Antrieb hat in der Regel eine vieradrige Anschlussleitung. Zweimal L für die Auf- und Abfahrt und natürlich N und PE, den wir direkt zur Versorgungsleitung durchführen können. Ja, und den L der Versorgungsleitung, den müssen wir jetzt auf den Mittelkontakt des ersten Relais verdrahten. Hier ist es besonders wichtig, dass dieses Relais ein Wechselkontakt-Relais ist. Das heißt, wir können jetzt den Öffner dieses Relais, Anschluss 12, mit dem Mittelkontakt des zweiten Relais verbinden. Damit haben wir sichergestellt, dass das zweite Relais nur dann eine Spannung hat, wenn das erste Relais nicht schaltet. Das ist also eine Sicherstellung der Hardware-Verriegelung. Sehr gut, Nico. Das ist ja echt super schnell und einfach jetzt gelöst. Damit haben wir die Hardware-Verriegelung sichergestellt. Wie sieht es bei mehreren Jalousien aus? Ja, bei mehreren Jalousien, wir haben das hier schon mal gezeigt. Natürlich habt ihr ein Gebäude in der Regel nicht nur eine Jalousie. Wir haben mehrere Jalousien und dadurch, dass wir diese Relais brücken können und pro Seite zwei Brückerspüren haben, können wir ganz einfach die Versorgungsspannung des ersten Relais auf die Versorgungsspannung des dritten Relais schalten. Und auch auf die 24-Volt-Seite können wir ganz einfach die Masse auf die weiteren Relais durchschalten. Okay, perfekt, Nico. Dann würde ich sagen, wir probieren das einfach noch mal ganz praktisch aus und simulieren jetzt mal unseren Steuerausgang für die Abfahrt und können uns anschauen, wie die Jalousie nach unten fährt. Wunderbar. Dann stoppen wir das Ganze, lassen die Jalousie einmal nach oben fahren und wollen natürlich auch mal sehen, was passiert jetzt, wenn wir tatsächlich aufgrund des Fehlerfalls beide Relais gleichzeitig aktiviert haben. Dazu stecken wir das zweite Relais noch mal mit an und wir sehen, das Relais, der Rollladen bleibt oben, trotz dass beide Relais ansehen. Also ein undefinierter Zustand wird durch diese Hardware Verriegelung ausgeschlossen. Wenn ihr dazu jetzt noch weitere Fragen habt, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.